Hallo und herzlich willkommen bei 1. Medizin. Wissen, was im Körper abgeht. Wusstet ihr, dass es pro Jahr über 300.000 Herzinfarkte gibt, bei denen 50.000 tödlich verlaufen? Das ist sogar mehr als Todesfälle im Straßenverkehr, die sich auf 3.000 im Jahr belaufen. Deshalb sprechen wir heute über das akute Koronarsyndrom. Das fasst den Herzinfarkt, Myokardinfarkt und die instabile Angina pectoris zusammen. Aber was ist das überhaupt? Dabei geht es um einen Verschluss oder wie bei der Angina pectoris um eine Verengung, also Stenose, der Koronararterien. Beim Herzinfarkt spricht man vom Untergang von Herzmuskelgewebe. Dazu schauen wir uns die Koronararterien einmal genauer an. Das sind die Herzkranzgefäße, die sich an der Außenseite des Herzens befinden und dies mit Sauerstoff und Nährstoffen versorgt. Sie entspringt der Aorta. Sie gliedert sich in rechte Koronararterie, Arteria coronaria dextra und der linken Koronararterie, Arteria coronaria sinistra. Die linke Arterie teilt sich noch weiter auf in den Riva, Ramus interventricularius anterior und den RCX, Ramus circumflexus. Die rechte Koronararterie spaltet an der Hinterwand einen Ast ab, den Ramus interventricularius posterior. Bei einem Herzinfarkt gibt es einen Verschluss einer dieser Arterien, was dazu führt, dass ein Teil des Herzens nicht mehr ausreichend mit Sauerstoff und Nährstoffen versorgt wird, was zu Gewebsschäden führt. Bei einer Angina pectoris findet man keinen ganzen Verschluss, jedoch eine so starke Verengung, sodass Herzinfarktsymptome auftreten. Dieser kann an der Vorderwand stattfinden, dazu ist entweder die linke Koronararterie oder der Riva betroffen oder an der Hinterwand, wenn die rechte Koronararterie, der RCX oder der Ramus interventricularius posterior betroffen sind. Zusammengefasst gibt es also zwei Möglichkeiten, einen Herzinfarkt zu bekommen. Entweder schleichend darüber, dass sich die Koronararterien immer weiter verengen, auch bekannt unter KHK, koronare Herzkrankheit, bis es schließlich einen Verschluss gibt oder aber eher überraschend durch einen Thrombus, der ohne Vorankündigung eine Koronar-Serie verschließt. Nun zur Angina pectoris. Dabei wird die stabile und instabile unterschieden. Zum akuten Koronarsyndrom zählt nur die instabile, da diese in einen Herzinfarkt übergehen kann. Die instabile Angina pectoris unterscheidet sich insofern von der stabilen, dass die Schmerzen bereits in Ruhe auftreten, Stärke und Häufigkeit zunehmen und Medikation keine Erleichterung bringt. Diese Form der Angina pectoris kann sich im schlimmsten Fall zum Myokard-Infarkt entwickeln. Nun zu den Ursachen des akuten Koronar-Syndroms. Dazu zählen Adipositas, also Fettleibigkeit, Hypertonie, also Bluthochdruck, Rauchen, Bewegungsmangel und zu viel Cholesterineinnahme, da dies zur Arteriosklerose, also Ablagerung in den Gefäßen führt. Sind diese verengt, kommt es zur Angina pectoris und kleinste Tromben können hier schon einen Verschluss verursachen. Dies kann auch durch Diabetes verstärkt oder ausgelöst werden. Sind die Gefäße so stark verengt, können die festen Bestandteile des Blutes sich davor sammeln und es verstopfen oder aber es bildet sich ein Thrombus, der die Gefäße verschließt. Nun zu den Symptomen. Patienten mit akutem Koronar-Syndrom klagen über retro-sternale Schmerzen, also Schmerzen hinter dem Brustbein, mit Ausstrahlung in den linken Arm und Schultern oder auch untypische Symptome wie Übelkeit, Erbrechen, Schwäche. Die Symptome variieren danach, ob Vorder- oder Hinterwand betroffen sind. Beim Hinterwand-Infarkt treten eher untypische Symptome auf, wie Oberbauchschmerzen, Schwäche, wodurch der Infarkt unbemerkt bleiben kann. Er wird daher auch als stummer Infarkt bezeichnet, was ihn oft gefährlicher als den Vorderwand-Infarkt macht. Die Symptome scheinen auch geschlechterabhängig zu sein, wobei Männer eher typische Symptome und Frauen eher die untypischen Symptome erleben. Wie kann der Arzt erkennen, ob ein Infarkt vorliegt? Bei der Diagnostik kommt vor allem das EKG und das Labor zum Einsatz, welche immer im Zusammenhang gesehen werden müssen, denn es treten nicht immer die typischen Infarktzeichen im EKG auf. Das klassische Zeichen ist die ST-Streckenerhebung. Ist dies im EKG zu sehen, spricht man von einem STEMI, der ST-Streckenerhebungsmyokardinfarkt. Bei einem N-STEMI, bei dem N für nicht steht, bleibt dieses Infarktzeichen aus. Dann werden die Laborwerte umso wichtiger. Zur Bestimmung eines Herzinfarktes gibt es viele Laborparameter. Die gängigsten sind CK, Kreatinkinase, CKMb, Kreatinkinase mit Untereinheiten und Troponin-T. Denn werden Herzmuskeln verletzt, gelangen sie in die Blutbahn, wo sie dann nachzuweisen sind, wobei CK und CKMb auch bei anderen Muskelverletzungen ansteigt, zum Beispiel die Skelettmuskeln. Das Troponin-T ist eher spezifisch auf Herzmuskeln und sind daher aussagekräftiger, wenn diese erhöht sind. Nun zur Therapie. Beim STEMI wird durch eine Ballondilatation mit Stenttherapiert. Dabei wird durch eine Herzkatheteruntersuchung, das betroffene Gefäß aufgedehnt und ein Stand zum Offenhalten eingesetzt. Das ist innerhalb der ersten zwei Stunden nach Diagnose die beste Therapie. Als Alternative kann hier auch ein Bypass gelegt werden, bei dem das betroffene Koronargefäß umgangen wird, sodass das minder durchblutete Herzareal über einen anderen Weg wieder durchblutet wird. Ist das Zeitfenster von zwei Stunden nach Diagnosestellung bereits überschritten, wird mit Analyse behandelt. Dadurch können Gerinnsel aufgelöst werden, mittels Medikamenten wie zum Beispiel Heparin. Natürlich muss dazu auch eine Veränderung des Lebensstils erfolgen, wie zum Beispiel eine Ernährungsumstellung mit weniger Cholesterin oder das Rauchen aufgeben, sowie mehr Bewegung. Was kann ein Herzinfarkt für Komplikationen haben? Beim akuten Anfall kann sich durch die Durchblutungsstörung Blut zurück zur Lunge stauen und es kann zu einem Lungenödem kommen. Möglicherweise kann es auch zum kardialen Schock führen, also zum Herzstillstand. Langfristig kann es zu einer Herzinsuffizienz kommen, also einer Herzschwäche. Beim Herzinfarkt stirbt immer Herzmuskelgewebe ab. Somit sind weniger leistungsfähige Zellen vorhanden, was kompensiert werden muss. Das führt zu einer höheren Belastung der noch übrig gebliebenen Zellen, was in einer Herzschwäche endet. Des Weiteren können Herzrhythmusstörungen auftreten. Das war's zum Herz und hier noch zum Verständnis, das Video Herzanatomie. Und vergesst nicht, Medizin kann so einfach sein.